Jetzt hat er ihn. Jetzt bließt er ihn. Torwald! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schon neu soll er den Posten an der Bank annehmen. Mit einem großen Gehalt und einer ganz hohen Provision. Tut ihr, was ihr wollt? Hä? Nein, sag ich! Wenn ich noch einmal ausgestoßen bin, dann leisten Sie mir den Sinn. Ist das nicht sinnvoll? Halt ihn auf! Halt ihn auf! Wenn es anders war! Wunder mein Wissen, ich habe heute erst erfahren, dass es deine Stelle nicht bekommen soll. Und ich glaube dir, und jetzt, da du es weißt, kannst du diese Stelle anklicken. Komm, Schnatzkündiger! Ich muss arbeiten! Ich muss arbeiten! Mein ganzes Leben lang habe ich nur gearbeitet. Und jetzt ist mir nichts geblieben. Du willst deine Freundin um jeden Kreis retten, sag es, wenn es euch stinkt! Gib du mir einen Sinn im Leben! Gib du mir einen Sinn! Wofür es dich lohnt, zu arbeiten? Etwas mehr Respekt vor meinem Mann, wenn ich bitten darf! Hören Sie mir bitte genau zu! Wenn es sein muss, dann werde ich um diesen kleinen Posten. Bei der Mann kämpfen wir um ein Leben! Schau mich an! Ich bin ein Schiffbrüßiger! Auf einem Wrack! Also, jetzt haben wir Sie aufgeklärt! Machen Sie keine Dummheiten! Auf Wiedersehen, Frau Helmer! Jetzt gibt es nur noch eins, wozu ich ganz große Lust hätte, es zu sagen, wenn Torwart es hören kann. Ich würde unheimlich gerne sagen, perfekte Scheiße! Ich würde um das nicht klamieren! Wenn ich bei dir meine Roufchen schaffe, dann kopieren ich doch sie! Das ist ja gut, ich würde zutaten!